Lehrkompetenz ist ein wichtiger Eckpfeiler in der akademischen Ausbildung. Sie entwickelt sich mit dem Alter, der Erfahrung, durch Fortbildungen und durch kritische Reflexion der eigenen Praxis. Dieser Film schlägt ein Stufenmodell der Kompetenzentwicklung vor. Dabei wird der Blick auf Lehren und Lernen immer weiter, vielfältiger und komplexer. Er verlagert sich vom Fokus auf das eigene Tun zum Fokus auf das Lernen der Studierenden. From Teaching to Learning Die erste Stufe der Lehrkompetenzentwicklung wird repräsentiert durch Frieda, die Fachexpertin. Sie versteht sich als Präsentatorin, als Überbringerin von Wissen. Sie legt Wert auf gutes Erklären, damit die Studierenden optimal lernen. Sie ist gut vorbereitet, trägt gerne neue Inhalte an die Studierenden heran, die sie umfassend und intensiv mit ihnen bearbeitet. Auf der zweiten Stufe steht Adam, der Administrator. Er verbindet seine fachliche Expertise mit didaktischen Werkzeugen und Methoden. Mit didaktischen Plänen und Konzepten schafft er Orientierung beim Lernen. Zu den Inhalten kommt nun auch Struktur. Seine Studierenden haben einen Überblick und sie haben klar gesetzte Ziele vor Augen. Dana, die Dirigentin, ist unsere Vertreterin der dritten Stufe der Lehrkompetenzentwicklung. Sie füllt die Struktur der Inhalte zusätzlich mit Motivation und Inspiration aus. Sie führt die Studierenden mit fachlicher Expertise, klarem Konzept und Handlungsanweisungen zu maximaler Leistung und inspiriert dabei durch ihr Vorbild, ihr Engagement und ihre Persönlichkeit. Sie weiß, wie man Ziele erreicht und führt die Lernenden auf dem Weg dahin. Auf der vierten Stufe der Lehrkompetenzentwicklung haben wir schließlich Marco, den Mentor. Fachlich kompetent, didaktisch planvoll und inspirierend öffnet er den Raum für einen umfassenden und gemeinschaftlichen Lernprozess. Die Vielfalt an Perspektiven, Vorkenntnissen und Präferenzen wird mit Marcos Unterstützung für das Lernen nutzbar gemacht. Marco verfügt über fachliches und didaktisches Wissen und weiß, wie man gut lehrt. Sein Fokus liegt aber nicht auf dem zu vermittelnden Wissen oder kompetent durchgeführter Lehre, sondern in allererster Linie auf dem Kompetenzerwerb seiner Studierenden.